Was sind denn so Sachen, wie du's in die Tür fällst? Ein geiles Teil nach dem anderen Alter, das gibt's doch nicht. Bei mir habe ich ganz viele... Maaan! Hallo, Leute, wie ihr euch willkommen zu einer neuen Folge von Lucky Block Battle mit Izzy. Mit Kevin Smurf, der jetzt hier oben um ihn reingestürmt ist. Komm! Drei, zwei, eins. Wo bist du, Smurf? Ich steh hier oben. Aber hier sind keine Blöcke drin. Seid herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist das Fest des Geben und Nehmen. Der geile Nachtsmann verteilt Geschenke, jeder hat die gleiche Anzahl an Geschenken, damit alle fröhlich sind. Ich hab mir aber, hast du meinen Wunschteil nicht bekommen? Äh, nö. Ich wurde glaube ich vom Knecht Gubrecht gerade geschlagen. Ja, ich bin in der Knecht Gubrecht. Ha, ich habe einen normalen Lucky Block Backer bekommen. Und das war, Alter, wieso... Das war's. Ich habe einen Button Flash daraus bekommen. Ihr kriegt nichts mehr. Alter, war Walter. Oh, Lucky. Smite, Knockback, alles klar. Wow! Okay, auf jeden Fall abgefahren bei ihr sehen. Ja, aber ganz klar. Was ist denn das, der Mobbingkreis? Okay, okay. Mobbingkreis. Okay. So. Ring of Death. Was haben wir hier? Ring of Death. Ja, ich kippe mir die Bibi. Oh, so. Da noch, da noch. Alter, lass das so heftig hier. Boah, was ist denn hier? Boah, nein, nicht noch mehr Zombies. Das fängt jetzt schon wieder an zu lockern. Wahrscheinlich! Nein! Fängt wieder an zu lockern. Locken. 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 Ne, oder? Ne, das ist immer nur kleiner Lack, wenn so Spielerköpfe kommen. Ja, weil die Dateien runterladen. Boah, cool. Das ist immer doof. Na gut, wenn das so ist, dann glauben wir dir das mal, ne? Dann mögen wir dir Glauben schenken. Also bei mir gehen die Lucky Blöcke immer auf und dann wieder zu und dann gehen die auf. Also ist schon ein bisschen am laggen. Huch. Hups. Also ich hab auch so zwei Milliarden Skelette bei mir auf der Insel. Okay. Du bist voll geleckt dabei. Das war voll merkwürdig. Ja, weil es auch übel Druck geht bei mir, wenn so viele Monster da sind. Können wir die wegmachen vielleicht? Ja, also können wir die Monster wegmachen. Jep. Jep. Das machen wir. Also ist zwar schade bestimmt, um die Wüste und die droppen, aber... Kann ich das machen? Ja, slash lag kannst du machen, ja. Sind schon weg. Okay, ist schon weg, okay. So, schauen wir mal. Oh, jetzt geht's hier so flüssig, ey. Ist das bei euch auch so, dass ihr die ganze Zeit verschiedene Lucky Blöcke kriegt? Ja, ja. Falsch. Ich hab schon Diamond Blöcke, nochmal Lucky Blöcke. Mal so, mal so. Jeder kann sich mal vertun. Alles falsch. Ist kein Problem, Kiff. Ist nicht schlimm. Wie? Falsch. Woher wisst ihr, dass das falsch ist? Tum, 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 tum. Das gibt's doch nicht. Also, ganz ehrlich? Ja. Find ich auch, Kiff. Ganz ehrlich. Ich kann doch nicht 10 Diamond Lucky Blöcke öffnen, das kommt gar nicht. Du hast Diamond Lucky Blöcke? Ich hab SpongeBob. Ja, ich hab richtig viele gekriegt. Alter, ihr Lackpelzer. Lackpelze. Was ist das? Du alter Lackpelz. Du wirst ja ein richtiger kleiner Lackpelz. 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 Richtiger Pelz. Richtiger Pelz. Richtiger Pelz. Glückspelz. Richtiger Pelz. Richtiger Pelz. Alter, das gibt's doch nicht. Guckt euch das an. Was gucken wir da uns an? Mal gucken wir da mal hin. Heiliger Bim Bam. Heiliger Beim. Alter, verweich. Kann ich mir das auch angucken. jetzt wird es aber ober sexy was sind so sexy erzähl mal ein geiles teil nach dem anderen alles klar bei dir hast du ganz viele männer ich hatte so viele blöcke und dann nehme ich einen der lack 10.000 hatte und ich explodiere einfach das ist doch scheiße wirklich doch nicht 10.000 würde ich sagen und ihr habt die sache nicht gesaved also ich glaube ganz wichtig schon aber nicht alle halt ne kann man die aufwerten geht nicht bei mir mit diamanten kann ich nicht aufwerten also ist das mies das lag übertrieben oder ja es geht gar nicht mehr aber ich habe auch richtig viele mobs verloren aber echt schade feuer noch feuer noch habt ihr habt ihr feuer dauert noch ein bisschen weil er muss ja berechnet erstmal wo überall oder feuer ist und dann kann ich mahle noch mal okay ist das so ist das so und dem abhör nicht entgegen weil die ganzen folglichen sie was wirklich alle weggemacht ne was haben wir hier da haben wir noch das hier dass ist natürlich ganz geil eigentlich in meinem letzten weg im ok mit meinem ganzen inventar voller lucky blöcke kleiner glückspilz aber ich glaub wir haben so viele lucky-blöcke die kriegt man auf keinen fall alle geöffnet, dass ich auch so viele kriegst du nicht geöffnet. Scheinbrachet. Ja, ja, ich scheine ja schon breit. Scheinbrachet. Und das haben wir dann. Dirt, ein Schein. Zieh dich doch irgendwann. Zieh dich doch, Krüger, was ist. Geh doch bei Seite, ne? So, was haben wir hier? Wir haben das hier da. Wir gucken, wie wir den Labern. Autscher. Mann, ey. So, komm, gib mir was Gutes. Ja, das ist ja, aber du kannst es nicht auch Autscher nennen. Autscher? Was ist? Autscher. Ich mach jetzt n ganz bösen hier. Ich weiß nicht, wie hat Dena hier gesagt. Was? Ich hatte ein minus 48 Lack und da kam einfach ein Diablock raus. Lol, Dena. Perfekt. Ja, du kannst ja, das heißt ja nicht, dass du Pech haben musst. Ja, ich mach es einfach ganz, ganz wenig. Oh Gott, oh Gott, der war echt schlecht. Eieieiei. Hallo. Ey, das ist ja unfassbar, ne? Das ist unfassbar, das geht zumindest in die Richtung. Na ja, durchaus. Tschüss. Ey, jetzt, wie wärst du noch was Nices droppst? Okay, das will ich eigentlich irgendwie nicht so haben. Warte, mach ich mal so. Hüppchen, ein Chicken. Das ist nice. Also, ich hätte gerne was Besseres. Absi. Au, Entschuldigung. Da sind ganz schön viele Monster. So, alles mit positivem Lack, nehm ich mir mal kurz mit. Das ist klar, ist das böse oder gut, ist das böse oder gut. Das ist böse, glaube ich. Schieß auf mich, ich muss endlich sterben. Los, 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 danke. Okay, hier ist nichts. Oh Gott, oh Gott. Einfach alles durcheinander laufen. Na klar, Alter, selbst das TNT leckt. Lol, wirklich, Kev? Na, wieso den TNT? Hast du da etwa TNT bei dir? Dinamite. Das ist nicht schlecht, das nehme ich gerne an. Oh, ganz ehrlich, das wird echt wahr. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Also, die Zeit ist gleich over. Was? Ja, ich bin auch nicht so. Ich meine, man hat zwar einiges, aber irgendwie... Hä? Was ist das für ein Lack? Wahrscheinlich! Ah, wahrscheinlich! Na mal kurz. Ich muss ja schnell das hier mitnehmen, Alter, sonst habe ich ja mega verkackt. Oh, wie es leckt. Ja, ist irgendwie gerade. Es leckt ziemlich, ziemlich doll. Komm. Das ist echt so ruckelig, Mann. Wow! Also, eigentlich müsste man Lack machen. Ja, von mir aus, mach Lack. Mach Lack, mach Lack, mach Lack. Ich weiß, hier sind viele Monster, aber so haben wir alle keinen Spaß. Okay, nein, schnell mal Lack! Mach doch einfach! Mach ihn jetzt weg! Hier, das hier. Das hat mir jetzt echt gar nichts gebracht, ey. Hast du gemacht, Kev? Ja. Ist auch schon deutlich Lack-freier. Ja, sehr gut, so soll es doch sein. Ich sage mal, lag what not least. Noch 45 Sekunden, Leute. Muss man jetzt hier... Schnell, 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 muss es jetzt gehen. Alter, Schwede, noch mal jetzt viel Lackblöcke bekommen. Nice, auch. Oh, komm! Ich prob was Besseres. Das geht ja gar nicht. Schon gut, aber... Na klar! Was? Wie viele Zombies auf einmal wieder? Was bekomme ich in Zeit für Sachen? Wie sieht die Musik aus? Das ist irgendwie eine strange Runde. Stranger. Ja, ja. Ich finde es auch ziemlich strange. Stranger, oder? Alter, oh, 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 oh. Ach, nee. Ich muss nicht killen, ich muss kill eingeben, hoffentlich. Boah. Okay. Äußerst verrückt. Ich kann es gar nicht einschätzen. Ich habe auch keine Ahnung, Alter. Ich glaube, jeder von euch haben OP-Experten, verzauberte Zeug. Alter, ja, auf jeden Fall. Nichts, ja. Nichts, 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 nichts. Nichts, nur so ein Standard-Zeugs. Was geht bei dir? Ja, okay. Hast du eine Herstattacke bekommen, oder? Hat sich zumindest gerade so angefühlt. Ne, ich dachte, ich habe... Aha, aha, aha. Aha, was, was? Äh, äh, äh? 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 Was sind mir die besten Geräusche? Äh, äh, äh? Finde ich meist nicht so. So, ich erinnere mich kurz an letzte Runde. Ich erinnere mich mal als Megaprojekt, wenn du mit denen fixst, würde ich gehen gesprengt, hör. Mhm. Das hört sich nicht so geil an, irgendwie. Nein, 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 nein. Also, legen wir los. Ja, ja. Let's fix. Jetzt habe ich hier halt so... Ach, guck mal, ey, ah, witzigerweise, wenn ich euch sehe, und ich relock mal, wenn ich euch sehe und das fixe, dann geht ihr noch, verspindet ihr. Mann, ja, jetzt habe ich halt einen Trank, mit dem ich jetzt nicht mehr, ich sterbe halt zu Ende. Wie lame, Alter. Das ist halt echt... Hä, hast du dir selbst den Trank gegeben, oder was? Nein, Izzy hat den auf mich geworfen, der sneckt hinterm Baum. Ich ticke halt... Und sagt auch nichts, ne? Ich sage, Borgia, ich kann nix machen. Ey, Mann. Das ist halt echt so... Wenn man halt schon so gar keine Chance mehr hat. Äh, Izzy hat mit dem selben Trank auch auf mich geworfen, Assi. Das war echt, Junge, jetzt passiert hier alles. Fünf Minuten lang. Man tickt jetzt einfach nur runter. Ich kann ja auch nicht mal mehr schlagen. Das war's von mir von der Folge. Ich bin echt zu dumm, dafür einen Trank zu werfen. Tschö. Das ist echt zu krass, ey. So. Viel zu krass, Mann. Wo ist jetzt der Felix? Also, dieser Trank ist halt echt der übelste Rotz, Mann. Ja, ich habe ihn auch gleichzeitig auf mich geworfen. Ja, ja, das ist echt der größte Rotz, ey. Seid jetzt beide dadurch gestorben, oder wie? Ja, Kev kann jetzt richtig abstauben. Ich habe ja zwei Leute mit dem Trank getroffen. Manchmal isst man auch einfach zurecht. Alter, Pollen, ich will nicht das Ober-Tamage. Aber halt... Komm zurück, du Affe! Felix, Wohlchen noch? Du hast doch auch den Schrank in den Tust, oder? Ja, natürlich habe ich den in den Tust, aber Kev haut ab. Kev will jetzt, dass ich durch den scheiß Trank sterbe, was zehn Jahre dauern wird. Ja, hallo, hallo. Und so lange haut da, manch hat sich im fairen Kampf zu stellen. Was ist denn das? Hallo? Was für ein fairer Kampf? Ich habe gerade einen OP-Apfel hier eingesammelt und eingesetzt. Bei mir tut alles weh. Ja, du hast... Alles weh. Ich öffne hier die Lucky Block, Junge. Oh, Mann. Doch, scheiße bist du, Kev. Ich habe hier so ein schönes Speed-Ding. Boah, Alter, was geht denn bei Dehner mit der Axt, ey? Haha. Haha. Der Baum ist kein Hindernis für ihn. Oh, er will ein Loch machen. Und Kev fängt jetzt schon wieder an. Immer auf dieser Map fängst du an, da den Bogen zu kommen. Das sind meine Löcher, Alter. So, jetzt kriegst du auf einen. Ja, das ist echt. Der kriegt doch noch die ganze Zeit Damage. Mensch, wie hast du so viele Leben-Dehner? Das geht ja echt gar nicht klar. Fuck. Du musst ja eigentlich runter ticken, oder? Haha. Alter. Bon, komm. Mann, scheiße. Kev hat echt mega lach die letzten drei Runden, ne? Unglaublich. Ich habe die extra eingestellt. Ich habe das gar nicht erst eingesammelt. Ich hatte kein OP. Ich habe alle wenig lucky, ne? Wow. Wir sind alle sehr wenig lucky, wenn Kev da jetzt Damage kriegt. Das wäre so geil. Nee, ich war zu schnell. Scheiße. Ich habe alles versucht, Leute. Alles versucht, aber keine Chance gehabt. Ich habe CG. Warte, du bist wieder nach mir gestorben erst, ne? Ich hatte schlechteres Equipment als ihr, aber guck mal, ich habe so einen Helm. Das ist echt so geil. Hier, Stummi, nimm mal diese Schuhe einfach in die Hand. Hab ich selber gehabt. Aber zweiter Platz. Alter, aber wie schnell die werden. Ich hatte voll die entspannten Sachen und dann noch dieses Equipment, dass ich schneller werde und dachte mir so, ja komm, kann man mit arbeiten und dann kommst du raus und dann tickst du zum Tode und kannst nichts mehr tun. Ich weiß noch nicht, wieso. Ich hatte eigentlich nur normalen Gold-Apfeln und dann liegt, sehe ich hier, hier liegt einfach ein OP-Apfel auf dem Boden. Oh, easy. Und irgendwer hat OP-Apfel gedroppt. Ich spiele einfach nur noch nichts aus Langeweile mit, weil ich sonst keine Freunde habe. Das bringt wirklich nichts. Und dann haust du mich kaputt. Warum? Gewalt ist keine Lösung. Könnt ihr nicht vielleicht einfach, wenn wir beide den Trank haben, einfach Stummi fokussen? Aber guck mal, ihr habt Stummi abgeworfen. Weil ich meine letztendlich bekomme ich da wenigstens einen. Guck mal, ihr habt Stummi abgeworfen und ich habe euch beide gleichzeitig mit einem Trank abgeworfen. Ja, ich weiß. Habe ich aber doch Stummi und mich auch. Achso, das davon weiß ich nicht. Easy hat Doppelabwurm mit sich selbst. Das sind aber immer ziemlich glückliche Runden für mich, das freut mich auf jeden Fall. Der Easy war, glaube ich, vorletzter, richtig? Nee, nee, letzter. War Stummi oder du zuerst tot? Ja, ich. Okay, dann hat Stummi eine. Aber ich bin dir ganz nah auf den Fersen kämpft. Also es dauert mich gar nicht. Okay, dann haben wir. Der Easy hat 46, ich habe 57, Stummi hat 64 und der Dena hat 60. Ja, Leute, drei Punkte wieder. Bei Rückterpunkte stand so langsam. Ich versuche, ich habe mich Zweiter, Erster, Erster geworden und trotzdem, weil die anderen halt passiv mal mit Punkte kriegen, weil sie Zweiter und Dritter werden, komme ich einfach nicht an die Rand. Aber guck mal, du siehst daran, was im Vorsprung du auf einmal zu easy hast und ihr wart vor nicht allzu langer Zeit noch zusammen. Ja, aber guck mal, ihr kriegt so viele Punkte, das ist der Wahnsinn. Du hast neun bekommen in den letzten Runden und ich habe drei bekommen zum Beispiel. Ja, du machst es schon auf, ne? Geht schon schnell. Können wir kurz zusammenfassen, wie viele Punkte ich in den letzten Folgen gemacht habe? Wie viel? Einen? 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 Drei? Drei? So viel wie ich. Wuhu! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Bist du Zweiter gewonnen? Oh! Okay Leute, mach's gut! Ich hab fünf Punkte auf jeden Fall. Ja Leute, ciao! Vielen Dank zusammen, mach's gut und bis in deinem Tag. Ciao, ciao!